Ja hallo Freunde von Dr.Bott. Dr.Bott ist im Urlaub und ich wollte euch mal zeigen, wo ich hier so bin, weil mein Akku nicht gleich alle ist. Wir haben diesmal ein Ferienhaus gemietet, ein sehr schönes, mit überdachter Terrasse, sehr schöne Gegend. Ich will euch das aber nicht von drin zeigen, weil, nö, hab ich keinen Bock drauf. So, schöner Garten, wie gesagt, schöne Terrasse, alles wunderbar. Drinnen schöne Schlafzimmer, Open, alles vorhanden. Schöner Garten, alles gepflegt, wir sind begeistert. Das Wetter ist bis jetzt gut. Fischer wie ein paar Köderfische gefangen, alles weiter ergibt sich noch oder auch nicht. Ich bin da ganz entspannt. Hauptsache Erholung, würde ich jetzt mal sagen, alles Gute und bis bald. Euer Dr.Bott.